Und wenn Sie auch ein Umweltprojekt ins Leben rufen möchten, dann können Sie sich engagieren und dieses Projekt bei der Umweltlotterie genau einreichen. Denn mit etwas Glück können Sie mit 5000 Euro unterstützt werden. Heute kommen wir also zur Erziehung des 29. Januars. Wenn Sie mitgespielt haben, ist genau jetzt der richtige Moment, um den Spielschein parat zu haben. Denn auf dem Spielschein ist einmalig die Losnummer. Eine Los-ID vermerkt für den Hauptgewinn. Heute lautet die Los-ID 74 922. Ich wiederhole noch mal, 74 922. Und viele unserer Zuschauer wissen ja, dass nicht immer nur ein einzelner Teilnehmer gewinnt, sondern auch immer ein ganzer Landkreis. In diesem Fall ist es also der Wetterau-Kreis. Und wir schauen uns selbstverständlich die Gewinnausschüttung der heutigen Ziehung an. Einmal werden ausgezahlt 10.044 Euro. Einmal 2.500 Euro. Fünfmal 500 Euro. 50 mal 50 Euro. 254 mal 10 Euro. Rund 1.500 mal 5 Euro. Und es steht auch schon wieder fest, welches Projekt als nächstes unterstützt wird. Und es geht um den Schutz der Gelbbauch-Unke vom NABU Münster. 5.000 Euro gehen also an dieses Projekt. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. 5.000 Euro. 8.000 Euro. 9.000 Euro. 10.000 Euro. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Vielen Dank.